So, hi Leute, hier sind wir zwei wieder, Lars und ich, für die nächste Folge vom Faro 2 Projekt. Das ist die fünfte Folge mittlerweile. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang... Wann darf ich eigentlich mal die Ansage machen? In der sechsten Folge, darfst du das sagen. Okay, eins, zwei, drei, drauf. Ja, es geht drauf. Ja, ich bin schon drauf. Ich bin schon drauf. Mir steht noch Verbinde zum Server. Nein. Sie sind immer noch drauf und drauf. Als ob ich, ich lege, ich lege voll rum. Nein, ihr verschließt sich bei mir. Ich lege voll rum, wo bin ich? Ich habe jetzt Schutzzeit. Ich sehe nur Stein. Ja. Ich sehe nur Stein bei mir. Pass auf. Okay. Echt? Ja, ich hatte einen Lag. Ich gebe es zu, aber jetzt geht es wieder. Fünf Folge, ja, es geht doch gar nicht. Ja, doch, es geht. Hier ist ein Zombie. Du bist ein kleiner Spack, Alter. Du musst mich kurz... Du bist kurz afkar. Aber nicht zu lange, ja? Okay, haben wir hier noch ein Skelett mitgenommen. Oh, Christian, schreib mir, dass wir morgen, ähm, dass wir halt nur, dass wir morgen nicht können. Wir... Morgen können Christian, schreib mal. Okay, dann mach ich hier wieder F3 an und schau, dass wir da hinkommen, nämlich zu den Koordinaten 150, 300. Ich weiß, dass wir hier waren. Ich weiß, dass wir hier waren, hier waren wir, hier stand ein Baum, hier ist es glaube ich abgeworfen, wir sind hier rüber gelaufen. Töten wir hier noch das Schwein. Nein, also wo bist du jetzt gerade, dass ich ungefähr weiß, wo ich bin. Drei auf Tasche haben. Okay, hier ist nochmal Zuckerrohr. Also, Lars, wo bist du jetzt? Bist du schon da? Ne, noch nicht ganz. Okay, ich hab nur drei Balken, lol. Das mag ich nicht. Ne, ich bin bei 3, äh, 270, 300. Ich bin 200, äh, 200, äh, 200, äh, 200 und 300. Okay. Ich sehne Sporen, bin da. Warte, ich muss hier hin. Ich hab grad die Orientierung ein bisschen verloren. Ich hoffe, ich war noch nie mit dem Nähthal. Hier ist noch ne Höhle, lol. Geh schon mal rein. Okay. Ah, essen, hier sind ja noch Kuchen, ich ess mal schnell waschen. Okay, den Bastard hier töte ich noch. Der lebt ein bisschen rum bei mir, aber das liegt eher an mir. Oh, die sind, da waren schon welche in Nähthal, ne, Christian? Da waren schon welche in Nähthal. Warte, warte, du bist jetzt schon rein, ne? 150. Warte, vielleicht den Nikon, nein, scheiße, vielleicht den Nikon zu da. Vielleicht den Nikon zu da. Hacke, ich muss aufpassen. Warte, ich hab grad ein bisschen ein Problem. 150. Scheiße, soll ich rausgehen wieder? Ja, mach's lieber. Ich hab grad voll die Konfusion. 150, 300. Warte mal, ich mach jetzt erstmal, dass die 150 passen. Und dann kümmere ich mich um die 300, das kann ja auch nicht sein. Ich könnte gleich nicht sprinten. Ja, wo bist du denn? Ja, ich hab mich grad ein bisschen verfranz. Ich bin bei 115 und 300. Ich bin auch gleich da. Irgendwie weit bist du noch weg, super. Hier ist der Spawn, ja, ich seh's. Da bist du. Okay, bin da. Hier bin ich. Hier auf hier. Okay, besser zusammen rein. Hey, bist du von da gekommen? Bist du eigentlich von da gekommen? Okay. Ja, ich... Am Ende hab ich kleine Orientierungsprobleme. Leider. Okay, dann kann ich das ja ausmachen. Okay. Wir müssen noch tiefer, okay. Noch tiefer. Schön, das ist ein Tiefmann. Okay, er wurde gekickt. Oh, hier ist richtig viel Leiterfahrt. Du bist grad wieder bei mir rumgeleckt. Du hast auch nur drei Balken bei mir. Okay, den kleinen Typen da greifen wir mal nicht an. Geleckt von den Pikmin. Der ist uns dann nämlich nicht so freundlich gesotten. Oder gesinnt, keine Ahnung wie das heißt. Hier ist sehr viel Glowstone. Aber ich würde ehrlich gesagt noch ein bisschen vom Spawn weglaufen. Was baue ich denn nicht? Schilder baue ich nicht. Ja, ja. Aber wir müssen zusammenbleiben. Warte, kannst du kurz den Enchanter setzen? Wo bist du denn? Dann merken, kein Wasser... Man kann kein Wasser placen. 54 Glowstone-Stauk. Ja, eigentlich soll ich Kultren machen. Kultren, Christian. Soll ich Kultren machen? Ja, müssen wir dann auch machen. Okay, ich hab ein Stack davon. Okay, warte dann, lass jetzt... Mach mal bitte... Set mal bitte dein Ding hin. Dein... Zaubertisch. Enchanter bitte. Oder den Enchanter. Ja? Ja, Zaubertisch, meinte ich, ja. Okay, was ich auch wegschmeißen kann, sind ein paar Stacks von den Bruchsteinen. Dann baue ich hier die ab. Oh, wir... Ich hab jetzt Verbrennung, Christian. Schärfe Verbrennung, nice. Nice. Okay, den ganzen Spass... Okay, ich hab' Schärfe 2, Verbrennung 2. Also, du hast gesagt, auf Level 8 muss man das entscheiden, ne? Ich hab' Schärfe 3, Verbrennung 1, Christian. Jetzt. Ja, okay, aber auf welchem... Ach, nee, da steht der da. Der steht da. Bei mir stand Verbrennung da halt. Bei mir steht es immer nicht. Da steht immer nur Schärfe. Ja, manchmal steht halt. Das ist ja selten. Also, das ist halt richtig gut, dass ich es jetzt bekommen hab. Wir machen mal ein paar Bücher, okay? Ja. Das ist immer dasselbe. Das ändert sich bei mir gar nicht. Weißt du, was ich jetzt mach? Ach, hier, Verbrennung. Wir müssen mal ein bisschen scharfen halt. Schärfe 2, Verbrennung 1 hab' ich draufgekriegt, lol. Alles klar. Ich hab' nur Schärfe gesehen und da war Schärfe 2, Verbrennung 1. Wir haben beide Verbrennung, nice. Richtig okay, Christian. Wir sind richtig okay. Schärfe 2... Schärfe 3, Verbrennung 1 hab' ich dann... Ja, nice. ...gemacht, Alter. Ist gekauft. Nee, nimm's mit, Christian, nimm's mit, nimm's mit. Ja, Alter, hier. Geiles Schwert, Leute. Lass das Schärfe 4 machen, okay? Lass das Schärfe 4 machen. Nehmt euch in 8. Christian, nicht benutzen, ne? Nehmt euch in Schärfe 1. Ich wollte nur noch mal kurz meinen werten Zuschauern und den Nico und die beiden sich natürlich auch präsentieren. Die sind nicht mehr drauf. Nehmen wir drauf. Nee, die schauen sich doch das Video hier später dann auch an, oder? Das sind doch unsere Fans. Genau, sag sie. Wir dürfen sie doch nicht enttäuschen, wir dürfen ihnen doch keine Infos vorenthalten. Zwinker, Zwinker. Mhm, sehr gut, Christian. Äh, ah, ich hab grad gedacht, hier ist ein Christian. Nee, das bin ich leider nicht. Bin ein bisschen weiter gewesen. Wie ist das, wollen wir in der Folge komplett im Nether bleiben und dann auch hier wieder spawnen, oder? Ja, ja. Warte mal, hast du dir die Spawn-Koordinaten von dem Nether gemerkt, oder das sind dieselben, ne? Oh, Mann. Ja, ja, ich mach jetzt hier einfach die Koordinaten hin. Minus 40, 90, steig mir das noch auf, dann weiß ich. Okay, aufsteigen. Nee, ich soll wieder zurücklaufen, schnell. Ja, lauf wieder zurück. Warte mal. Mach safe, dass wir es wirklich wissen. Okay, also ich bin jetzt kurz davor. 0 und 61. Okay, hä? Also 0, 0 circa, circa 0, 0, circa 0. Wollte ich nicht hier gerade hochbauen, damit ich die... Okay. Waren doch vor allem... Christian, kannst du den Enchanter bitte setzen? Setz mal bitte den Enchanter. Okay. Da ist gerade den Enchanter. Danach lass den Team-Chest... Oder sollen wir noch kurz rausgehen und den Team-Chest machen am Spawn? Können wir machen. Ist die halt wirklich dann so protected, oder? Nee, da... Also, man darf nichts rausnehmen. Achso, ja, aber weil jeder aufnimmt, wird es halt auch gewährleistet, ne? Dass niemand was rausnimmt. Also, Christian, jetzt... Ah, danke, das ist... Brauchst du Amboss und so auch? Ja, Amboss geht auch. Okay. Schärfe 2 auf Direkt Willkommen. Okay, ich lauf mal ein bisschen weg. Schärfe 2 hat... Schärfe 2, nein, will das nicht. Okay, der grunzt mich an, der Typ, das find ich aber nicht höflich. Das geht gar nicht. Weil ich bin ein deeskalativer Mensch, der nicht auf Ärger aus ist, deswegen... ...gehe ich einfach weiter. Alles klar. Das werdet ihr nachher auch im Fight merken, wie deeskalativ ich bin. Mhm. Vor allem, du gehst ja nicht drauf und sagst, ach, die will ich nicht töten, die sind mir zu nett. Nee. Waren doch immer gute Burschen. Nico und der Valentin und die anderen Spieler auch. Ich verdiene das doch gar nicht. Ja, ja, Christian, merk ich mir, merk ich mir, merk ich mir. Okay, dann musst du dir langsam auch schon sehr viel merken, Lars. Okay, hier geht's weiter runter, aber ich hab jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, so weit von dir wegzulaufen. War das denn am Boss? Ja, den hab ich unter dir geplägt. Ich hab mir jetzt halt meinen Schärfen-Vierschwert. Ja, ich hol mir jetzt erstmal hier richtig viele Level. Und wir müssen auch wegen Netherwarzen noch schauen. Schärfe... äh, okay. Netherwarzen, Glowstone-Staub. Also du brauchst eine Netherfestung, musst du halt finden. Ja. Eine Netherfestung. Da müssen wir halt wirklich noch schauen. Wollen wir das jetzt auch noch machen? Du bist... Ja, ja, natürlich. Also wir schauen, wir laufen halt weiter und fahren halt Level, eine Art of Netherwarzen. Ja. Ach, Christian, denkst du, die Pilze mitzunehmen, ne? Die Pilze. Für Suppen, oder? Wir brauchen sie ja für die Schwäche. Achso, Schwächetränke sind auch erlaubt, ne? Welche brauchen wir da? Ja, die roten, oder beide, oder wie ist das? Ich brauche nicht. Ich habe, ich habe, ich habe Pilze, fast. Okay. Okay, ich habe jetzt 16 Level, weil... Ich habe schon die... Das kann man alles wegschmeißen. Ja, dann mach mal. Ab 16, was, stopp, hör auf, weil ab 16 Level bekommst du weniger Level dazu, ne? Wenn es abbaust. Ja. Oder ich weiß noch, wie viele Level es war, aber ich glaube 16. Ich mache mal bis 16. Komm mal zu mir wieder. Ja, mach das. Okay, ich habe genau 16. Okay, Ambus muss ich placen. Ich habe zwei Scherke, zwei, drei Schwerter. Wie kostet das, das zusammenzufügen? Ähm, weiß nicht. Schau es einfach mal. 14 Level, alles da. 14 Level. Das ist schon nicht so wenig. Das Essen töte ich mal hier nicht. Ich bin nicht so gut sortiert. Das ist wegen meiner Haltbarkeit, weil ich Haltbarkeit drauf habe. Haltbarkeit 2 und Verbrennung halt noch. Das kostet richtig viele Level, ne? Da hinten ist Seelen-Samm. Haltbarkeit bringt es halt schon, ne? Ja, Haltbarkeit bringt es schon auch, weil das Zeug geht echt schnell kaputt. Aber man kann es ja auch reparieren, glaube ich. Warte, das... Oder naja, das probieren wir nachher. Mit Eisen. Einfach, oder später für irgendwas anderes mit Dias oder so. Ja. Ja. Okay. Haltbarkeit ist schon okay, passt schon. Kommst du hier mit? Weil ich würde jetzt schon auf den Weg gehen, um eine Festung zu suchen. Ja. Dann bauen wir hier halt noch ein bisschen davon was ab. Du hast gesagt, ab 16 Level gibt es nicht mehr so viele, ne? Soll ich vielleicht jetzt schon einfach weiter Schwerter verzaubern oder so? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, dann... Ey, wir haben das gleiche Ohr gerade gefunden. Gleiche Ohr. Ja. Also die gleiche Ader. Kann ich den Zaubertisch dann nochmal haben? Ja, warte, ich place ihn hier. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Soll ich Rüstungsteile machen? Warte, ich könnte eine gute Brust machen. Ja, Rüstungsteile machen wir in dir, oder? Ja, das ist schon besser, ja. Wir machen jetzt erst eine Diabrust. Ja, ich kann versuchen, mein Schwert geiler zu machen. Dann machen wir jetzt noch auf Schutz 2. Ich habe jetzt gleich ein schärfen Vierschwert. Okay. Haltbarkeit. Ist schon gut, ne? Da kriege ich nichts anderes drauf, als Haltbarkeit. Warte mal, eine Spitzhacke ist auch wichtig, weil eine gute Spitzhacke ist auch immer... Das sollte man auch nicht unterscheiden. Nein, eine Spitzhacke. Du eine gute Spitzhacke, was brauchst du denn? Glück. Ja, okay. Ja, Glück stimmt, aber ja. Glück bekommst du nicht mit so viel, so wenig. Also habe ich einen schärfen Vierschwert. Ja, ist schade. Oder wir machen ein Buch. Schade, ist schade. Merke ich mir, Christian, merke ich mir, merke ich mir. Ja, wir können auch ein Buch machen und da können wir noch auf Schutz zu finden. Ja, ich habe ja 6 Bücher. Okay. Wir können auch Schutz bekommen, wenn ich 6 Level hätte. Ja. Wir können da Schutz bekommen. Ja, okay, ich würde weiter auf jeden Fall zusammen auf Festung schauen. Aber du willst halt auch mal für die Dierrüstung, weil Christian, du willst auch mal für die Dierrüstung haben, weil auf die Dierrüstung kannst ja kein zweites Teil Dierrüstung craften. Ja, das stimmt. Okay, naja, dann schauen wir mal weiter. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch Level abbauen oder nicht, weil ich habe jetzt schon 16 Level, das ist ja nicht so effektiv. Ja, natürlich. Und das Schärfen, wir machen bis Schärfe 5 und dann gehen wir raus, können wir hab bald Schärfe 5. Nächste Folge wird es gut schaffen. Ja, wir haben Schärfe, also ich habe Schärfe 3, 5 und dann 1, das ist schon sehr gut. Ja, wir haben jetzt halt... Okay, ich habe einen Gast gehört, der oben ist ein Gast. Nein, Gast brauchen wir nicht, Christian. Ich weiß, aber trotzdem, das ist gefährlich. Wieso, wo bist du denn? Ich bin ein bisschen in der Antriebe. Ich habe Angst. Warte mal, wie ist das, wenn du ihn... Lass es... Du kommst in der Gast rein, ja. Nee, ich habe keinen Bock, ihn zu töten. Nein, scheiße, er greift mich an. Er greift mich an, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo bist denn du jetzt? Der macht dir nichts. Wo bist denn du? Der verfolgt mich. Ich sehe mal, Koordinaten... Minus 50, minus 15. Minus 150, minus 50. Der jault mich jetzt durch die Runde. Aber der hat zweimal nach mir ausgeholt schon. Geht's mal hier in die Höhle rein, dass er den Schaden wegschießt oder so, ne? Ja. Komm dann auch in die Höhle rein, Christian. Können wir... Warte, dann mache ich hier nochmal kurz Schwert. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier zusammenbleiben. Ja. Mein Effizienzspitzack ist leider auch bald kaputt, aber das ist ja nicht so wichtig. Wir haben jetzt hier, Pic-Experts. In welche Höhle bist du gegangen? In die hier, ja. Meine... Hier. So. Okay, ich habe bald 20 Level. Na ja, was heißt bald, weil es dauert ja relativ lang. Hallo, mach das doch jetzt mal weg, oder? Ja, halt, ja. Verwenden, meinst du? Ja. Ja, das kann ich jetzt probieren. Weil das Ding ist, ich habe gerade nur Scheißverzauberungen draufgekriegt. Ich kriege immer noch Haltbarkeit und nennen, es ist der Gliede. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Achso, willst du noch einen Schaden? Ach, du musst ihn aber auch noch 50 Sekunden noch, ne, Christian? Ja. Ist er 50 Sekunden noch, ne? Ja. Ah, scheiße. Naja, okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Nimm ihn auf, nimm ihn schnell auf, ja, nimm ihn schnell auf. Äh, was schmeiß ich da weg? Den Netherstein. Andersiv brauche ich auch nicht. Okay, gut. Also, ja, wir haben alles, lass uns hier rein, komm. Ja, Christa, komm hier rein, bau dich hier hoch. Komm hier rein, komm rein. Brauchst du nicht mit dem Stein zu, Römer, naja, okay. Ist doch scheißegal. Ja, warte, da baue ich danach noch. Diesem Stein hier zu, Römer, Römer. Ja, wir haben schon halbwegs gute Sachen, das hier ist das Wichtigste, was ich gerade vorzuweisen habe. Mach dein anderes Schnell auch immer in die Hotbar, falls wir Geld schlagen. Ja, ich habe noch ein anderes in der Hotbar. Warte, ich habe noch Gold ab, ne, egal, den schaub ich dir jetzt nicht. Ja, mach's nicht, ich habe einen gerade auch. Okay, gut. Der Nasser hat das Spiel verlassen und ich auch. Und das war's mit der fünften Folge V2. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.